Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Matthias Kaven, ich bin hier bei der Softing IT Networks, der Head of Sales and Marketing, also für den Bereich Verkauf und Marketing verantwortlich. Heute werde ich Ihnen erklären, warum wir zwingend einen NVP-Faktor einstellen müssen, wenn wir auf physikalischer Ebene die Länge ermitteln wollen von einem Kabel. Wie kann man jetzt eine Länge ermitteln? Denn natürlich gibt es dort Hilfsmittel, wie zum Beispiel Zertifizierer, Qualifizierer oder Verifizierer aus unserem Haus zum Beispiel, wie der Wire-Expert, der Net-Expert und der Cable-Master. All diese Geräte haben die Möglichkeit, auch die Länge eines Kabels, so wie es hier auf meinem Tisch liegt, dieses gelbe Kabel hier, zu ermitteln. Wie macht man das normalerweise? Ja, man geht natürlich nicht hin und nimmt einen Zollstock, weil das wäre ein bisschen umständlich, umständlich, gerade wenn Sie hier sehen, die Kabeltrommel, Sie müssten sie komplett abtrommeln und müssten dann mit einem Meterstab oder mit dem sogenannten Zollstock an dem Kabel entlang gehen und schauen, wie die Länge ist. Deswegen gibt es eben auch elektronische Möglichkeiten, eine Länge eines Kabels, eines Datenkabels, aber auch eines Nym-Kabels zum Beispiel, zu ermitteln. Und da gibt es zwei grundsätzliche Methodiken. Das eine ist die sogenannte TDR-Methode, das ist die Time-Domain-Reflection-Methode oder die kapazitive Methode. Wir werden hier in diesem kleinen Video uns nur mit der TDR-Methodik, also mit Time-Domain-Reflection, beschäftigen, denn für diese Methodik ist es ganz wichtig, dass einige Parameter natürlich korrekt eingestellt werden. Damit man jetzt so eine Kabeltrommel physikalisch durchmessen kann, muss man einige Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen. Wenn man jetzt so ein Kabel mal aufdröselt, die einzelnen Adernpaare sich anschaut, dann herrschen da gewisse physikalische Gesetzmäßigkeiten. Es gibt Widerstandswerte, es gibt Kapazitäten, Induktivitäten, die in einem solchen Kabel vorherrschen. Diese Kapazitäten, Induktivitäten, aber auch der Widerstand beeinflusst natürlich ein Signal, was man durch dieses Adernpaar hindurchjagt und hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich dieses Signal dann in diesem Kabel, in dem Kupferleiter ausbreitet. Hinzu kommen natürlich auch Kapazitäten von Adernpaar zu Adernpaar. Also wir haben hier Schwingkreisethemen, die physikalische Gesetzmäßigkeiten, die im Prinzip dann das Signal beeinflussen, was wir dort reinschicken. Hinzu kommt noch, dass wenn wir die Adernpaare mal auseinanderziehen, also aufdrillen, dann werden Sie feststellen, dass man hier natürlich entsprechend auch längere und kürzere Adernpaare hat, die dort entstehen. Einfach durch die Steigung der unterschiedlichen Kabel oder durch die Steigung der unterschiedlichen Adernpaare haben Sie eben auch unterschiedliche Längen. Das sollte man wissen, bevor man eine Längenmessung mit einem entsprechenden Gerät durchführt, weil auf der einen Seite müssen wir die physikalischen Gesetzmäßigkeiten einmal ausgleichen und dafür gibt es einen Wert, der nennt sich NVP. Nominal Velocity of Propagation, ein schwieriges Wort, ich gebe es zu. Langläufig heißt es Verkürzungsfaktor. Diesen Verkürzungsfaktor finden Sie bei den Kabelherstellern normalerweise in den Datenblättern. Er wird im Prozent angegeben, auch manchmal als 0,79 oder 0,8. Es ist letztendlich der Prozentwert, den man am Gerät entsprechend einstellen muss. Wenn man das dann richtig gemacht hat, dann funktioniert im Prinzip eine Längenmessung in einem Kabel, in einem solchen Kabelring folgendermaßen. Sie senden einen Impuls rein. Dieser Impuls wird am Ende reflektiert. Die Zeit wird gemessen, wenn der Impuls zurückkommt und daraus errechnet sich dann die Signallaufzeit mal der Lichtgeschwindigkeit 300.000 km pro Sekunde und das Ganze durchzweit, weil das Signal einmal hin und einmal zurückläuft und damit hätte man eigentlich die Länge. Die Länge, wenn das Kabel ideal wäre. Aber wir haben ja diese physikalischen Einflüsse und deswegen kommt unsere NVP, unser Verkürzungsfaktor mit hinzu, den wir dort oben noch mit reinsetzen müssen, damit wir dann auch die exakte Längenbestimmung in diesem Kabel haben. Was Sie, wenn Sie die Messung durchgeführt haben, allerdings sehen werden, das sehen Sie auch hier an einem Bild aus einem Messgerät, dass Sie unterschiedliche Kabellängen haben oder Adernpaarlängen haben in dem Bereich. Und hier ist es so, da gilt natürlich das, was ich vorher gezeigt habe, dass wenn Sie die verdrillten Adern auseinandernehmen, dass Sie unterschiedliche Längen in einem Kabel haben können. Den NVP-Faktor können Sie hier einstellen. Sie sehen das hier, der ist mit 78% definiert. Also von daher, man kann ihn auch verändern, je nachdem, welchen Kabeltyp man eben gerade messen möchte. Da müssen Sie auf das Datenblatt des Kabelherstellers sich verlassen und schauen. Wichtige Faktoren sind natürlich unterschiedliche Schlaglängen, Widerstände, Induktivitäten, Kapazitäten. Das kürzeste Adernpaar gilt dann als Länge des Gesamtkabels, also des Außenmantelkabels sozusagen. Und bei der Time-Domain-Reflektometer-Funktion sollten Sie den richtigen NVP wissen. Es gibt noch eine kapazitive Messmethodik für die Länge. Da muss man dann den Wert Pico-Farad pro Meter einstellen. Ist heute nicht das Thema in diesem kurzen Video. Wenn Sie jetzt die entsprechende NVP-Thematik nicht gerade zur Hand haben, das heißt, Sie haben das Datenblatt nicht zur Hand vom Hersteller, dann können Sie zum Beispiel den NVP auch selber ermitteln. Das ist im Prinzip ganz einfach, indem Sie sich dann mit einem Zollstock oder mit einem Metermaß, wie auch immer, eine gewisse Länge eines Kabels abschneiden. Hier sollten Sie mindestens 30 Meter vorsehen. Ja, 40 Meter sind so optimal. Und dann können Sie im Prinzip Folgendes machen. Sie konfektionieren dieses Gerät, stecken dann ein entsprechendes Messgerät dran, egal, eines von unseren hauptsächlich natürlich. Und dann können Sie mit dem NVP-Werten ein bisschen spielen. Das heißt, Sie können die NVP-Werte rauf und runter setzen. Das sehen Sie hier zum Beispiel, sodass Sie dann irgendwann hier die Länge von 40 Metern angezeigt bekommen. Und dann haben Sie auch die entsprechenden NVP-Faktor eingestellt. Den können Sie dann für alle Installationskabel nehmen, die Sie mit diesem Kabeltyp und mit diesen Komponenten entsprechend konfektioniert haben. Das war ein kleiner Überblick zum NVP. Das soll es schon gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen Tag und möchte noch darauf hinweisen, dass Sie natürlich viele, viele der technischen Informationen, die Sie hier von uns bekommen, auch auf unserer Webseite finden. Wir blenden gerade die Webseite unserer Adresse ein. Gehen Sie einfach mal drauf. Da finden Sie weitere Videos und weitere Informationen zu technischen Themen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.